Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi, wir befinden uns hier in einem Smartphone-Organismus, der Avare installiert hat. Wie in jedem Smartphone werden hier mächtig viele Daten gespeichert und bereitgestellt. Avare kontrolliert diesen Datenfluss, zum Beispiel von deinen Kontakten im Adressbuch. Nur von dir freigegebene Daten werden nach draußen gelassen und bestimmte Daten sogar ganz verborgen. Und wenn trotzdem jemand nicht locker lässt, bekommt er stattdessen was anderes serviert. So kannst du mit Avare deine Daten kontrollieren, organisieren und schützen. Alle Apps funktionieren weiterhin einwandfrei und deine Daten bleiben vertaulich. Und wenn dann ein gieriger Datenfresser kommt, schauen wir doch mal was passiert. Du kannst ganz einfach Teil unserer Community werden. Avare ist nämlich kostenfrei und eine Open-Source-App. Hilf die App mitzuentwickeln oder teile sie mit deinen Freunden. Jetzt downloaden und mitmachen auf avare.app. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.